Was ist denn alles? Wirklich? Okay, was haben wir denn hier verwaffnet? Ich habe die Flammen. Dann habe ich jetzt erstmal einen Schutzgeist, den brauche ich. Gut, dann brauche ich mir die Flammen. Okay, wo sind sie? Da. Ich gehe mal vor, Locki, Affen hier an. So Lydia und Wolf hinein, kommt mal bitte, hilft mir mal. Was macht ihr denn da? Hey. Was macht ihr denn da? Ich mache ja nicht. Schlimme, lass mal weg. Ach du Scheiße, was ist denn das mal wie viel? Erstmal hoch. Ja, mach mal bitte. Ich gucke mal, ob ich noch den Schutzgeist beschwören kann. Der ist mich um mich mehr verschwunden. So, dann kann ich mir die Flammen machen. Dann kriegt Lydia noch eine kleine Unterstützung. Oh, ich habe zum Beispiel so gerade Lydia umgebracht mit meinen Drachen. Ja, mit meinen Drachen, 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 Drachen. Drachen, 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 Drachen. Drachen, 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 Drachen. Okay. So, einen Schutzgeist, habe ich nicht schon? Habe ich einen Schutzgeist? Wo ist der denn jetzt hier? So. Dann wäre die Flammen. Flammen, genau. Fängt schon mal gut an. Sag mal, greif es doch mal an oder roll, roll, roll. Der Hund läuft immer nur um mich herum. Der hilft aber nicht. So, dann lasse ich erstmal den Wolf, was man seine Arbeit machen. Ähm. Ich habe ein Problem. Ich kann meinen unerbitterlichen Schrein nicht machen. Kräfte können nur einmal eingesetzt werden. Okay. Okay. So. Lydia, du bist wieder, kannst wieder was machen. Nicht dich hier auf der faulen Haut hier einsetzen. so der alte mit der los wirft mich aber von der treppe runter da muss ich hin war jetzt ja auch noch was ja so unangenehme gesellschaft speichern und öffnen macht kreuz wenn ich ja durch bin das ist die ekelhaftes denke ich hier gesehen aber ohne keine falle speichern so gottchen aber lydia finde ich zumindest bei fallen besser als bn oder bn oder ist in jeder falle gelaufen hier geht es also nicht weiter was sind lydia was war denn das gerade das sind druckplatten muss ich mich erst mal heilen bevor ich lydia helfe sonst bin ich nicht so dann brauche ich noch genug kraft für den schutzgeist ich werde jetzt mal die anderen für mich kämpfen und zwar bezahle ich die hier also so flammen und wenn es dann noch nicht springt nicht zu mir kommt macht doch erstmal deine arbeit gut hier öffnen bin ich jetzt auf dem richtigen weg erscheint so ich bin hier irgendwo angelangt so etwas habe ich noch nie gesehen das ist eine falle so ich muss abhauen hallo laufen was ist mit dem los warum rennt die nicht leck mir am arsch wenn es darauf ankommt bleibt die alte blöde kuh stehen so diesmal läufst du bitte gleich raus ähm und jetzt kann ich mich wieder erst mal erst mal den schutzgeist genau dann den bogen ich werde versuchen von weiten anzugreifen so warte mal ich muss mich erst mal heilen so bleibt mal kurz im kampf bitte stehen so dankeschön wenn soll ich jetzt abschießen um ich habe meine arbeit gemacht mit dafür als mitgenommen f5 f5 nehme ich alles mit auch hier was haben die denn für ekelhafte truhen das sieht aus wie bei den ways von stargate atlantis wozu die eile wieso schon dass wir hier unbeliebte gäste sind wir müssen theoretisch hier hoch das heißt hier muss es auch irgendwo ein zugang geben den wir aktivieren müssen oh dankeschön dich habe ich gar nicht gesehen ich bin ich bin ich bin ich bin